Der nächste Zug, der wartet, der wird auch ins Depot gehen. Und zwei weitere Güterwagen erhalten. Eins, zwei. Soll ich ja Vorrat kaufen? Ja, drei, vier, sechs. Ich mache eindeutig zu viel Geld. Das bringt was. Und du? Du musst auch ins Depot. So. Zwei. Und check. Der nächste braucht auch zwei mehr. Ja. Also der da. Step. Ich bin wieder mit. 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 also ich brauche hier auf jeden fall 1 2 3 4 5, 6 nicht kaffee genug gut Und ich kaufe gleich eine Lokomotive. Ja, ich nehme doch gleich den Zug. Egal was ich mache. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, also sieben. Zug 1, 84, acht, vier, fünf, sechs, also sieben. Tipp 3, vier, acht. Vielen Dank. Vielen Dank. Und der hat auch 96. So, bald muss ich auch noch irgendeine Stelle. Ich glaube... Okay. 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 Schnellschaube Eine Linie geht da durch und die andere geht da durch. Das kommt gleich an. Ach, die Lone, eieiei, wenn der nächste ankommt. Ich muss Züge kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt müssen wir mal einen anderen Weg gehen. Und zwar machen wir eine neue Linie. Hier ist immer noch eine Steinbruchlinie. Also Stein, Stein West. Also West ist von hier. Wo ist der Bahnhof? Nach hier. Und in Panama voller Fracht. So. Und du gehst da in Stein West. Gut. Wir haben auch wieder nur 4 Millionen. Und hier. 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 Züge kaufen. Wagen kaufen. Güterwagen kaufen. 1, 2. Oder es ist auch bei 8. Sehr schön. Zug 6. Auch Stein West. Und jetzt muss ich schauen, dass ich auch ein Stein Ost habe. Das wäre der nächste Zug. Also mein nächster Zug. Dann mache ich da. Braun. Von hier. Hierher. Von der Fracht. Stein Ost. Stein Ost. Gut. Ja. Da. Da. Warte. Der noch. Ok. Chiara. 161,005. ok stopp der damm ist erstellt dann ist erstellt das heißt der bracht gar nichts mehr der damm ist erstellt so ist groß noch um die verteilung der also da brauche ich sicher zwei züge mehr und da brauche ich haben wir jetzt wir haben sechs wir haben neun züge also verteilen wir fünf ich kaufe wahrscheinlich nochmals in zug im moment fünf wir haben nicht sechs und vier das heißt ich kann wahrscheinlich noch zwei züge kaufen ok also der der hierher kommt so hat einer noch irgendeine fracht der hat noch eine fracht und der hat noch eine fracht die anderen die kann ich alle auf ost setzen stein ost stein ost stein west der ist dann auch ost und die anderen zwei sind dann west gut gut da kommt noch kein stein für Stein West ja komm wir nehmen schon mal die Steine ich gebe mal da folgendes ein der soll immer noch für den Stabdamm